Hey Leute, in diesem Guide zu Hogwarts Legacy geht es um die Nebenmissionen gelöst von der Glocke. Die bekommt ihr im Süden der Weltkarte. Ich habe leider die genaue Location vergessen, aber ihr habt ja die ganzen Symbole da und könnt die Nebenquests einfach so holen. Also der Auftrag führt euch zu Henriettas Versteck und in einem anderen Video habe ich euch schon gezeigt, wie man da weiterkommt mit einem kleinen Puzzle. Und das habe ich euch auch noch hier verlinkt. So, jetzt laufen wir erstmal geradeaus. Die Tür ist natürlich offen. Wie gesagt, im anderen Video seht ihr, wie das geht. Und ja, jetzt folgen wir einfach mal dem Weg. Hier geht es jetzt gleich nach links. Die Markierung ist zwar rechts, aber wir müssen hier die Treppe hoch. So, davor ist ein Gegner, den machen wir mal schnell platt. Und dann gleich müssen wir den Zauber Arresto Momentum ausrüsten. So, den müssen wir jetzt hier unten anwenden, sonst kommen wir nicht weiter und dann können wir hier drüber laufen. Da unten seht ihr die Markierung und dort ist auch wieder so eine versteckte Wand. Und ich ignoriere jetzt alle Gegner. Also ich lasse mich hier treffen und so weiter, damit das eben schneller von Handen geht. Aber ja, ihr könnt sie ruhig töten, solltet ihr vielleicht auch machen. So, ja, ihr seht, ich bin umgefallen. Ja, und hier ist die Wand, da müssen wir rein. Und dann gleich hier links am Tisch ist schon so eine musikalische Karte, die müssen wir einsammeln. Und da kommen wir zu einem anderen Rätsel, das befindet sich ganz woanders. Mit dieser Schatzkarte müssen wir jetzt nach Schloss Klackmar. Das ist ganz in der Nähe. Also wir sind hier unten bei Henriettas Versteck und hier rechts ist schon das Schloss. Dort können wir entweder hinfliegen oder uns hin teleportieren. Und dort werden auch noch ein paar Gegner sein. Die habe ich natürlich wieder entfernt, also rausgeschnitten. Es ist natürlich besser, wenn ihr alle tötet, dann seid ihr nicht so genervt von denen. So, jetzt müssen wir hier hinfliegen. Jetzt hat man gerade gesehen, so ein Gebäude mit einem Loch in der Mitte. Und hier sind die ganzen Glocken. Jetzt schaut ihr genau hin, wie ich das mache, weil ihr müsst die Glocken in einer bestimmten Reihenfolge mit eurem Basiszauber abschießen. Und wenn es euch zu schnell geht, dann könnt ihr das Video auch verlangsamen, auf 0,5 fache Geschwindigkeit oder eben noch langsamer. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sieht das genauso aus wie bei mir. Und dann bekommt ihr zur Belohnung eine Truhe mit einem Item. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Guide und auch mit der Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich auch geholfen. Wenn ja, lasst gerne wieder Feedback da. Gebt mir ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Guide wieder, Leute. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.